Der Füsterlinge Wie euch das heilt? Das ist einfach mal geiler. Schau nicht so an, Felix. Bist du nicht. Es wird eine Kussdorgerung sein. Ja, das ist ein Kuss. Richtig, das ist ein Kuss. Das kam durchaus anstrengend, ja. Das hat einen vergebenen Hund irgendwo anstrengend. Ja, und sonst wieder hören einfach nicht, oder? Naja, hören, der Gehörgang ist im Ordnung. Genau. Puppertächt halt einfach. Immer auch da drauf, ein Tier einmal raus. Du kannst dich einfach immer hören. Das Ganze verlöst dann, wenn dein Hund wegläuft, also dein Hund läuft frei, du rufst ihn, er schaut dich an und läuft dann noch weiter. Was mach ich dann? Oder was mach ich, wenn sie nicht herkommen will? Ich mach's grad extra. Du, ich mach's auch extra. Was ist Quader durchgesetzt? Er hat ein Wunderkommando durchgesetzt. Er hat ein Wunderkommando durchgesetzt, dass du zu ihm kommst.